Liebe Fußballfreunde, willkommen zur etwas anderen Fußballkonferenz. Mann, oh Mann, da schaltet der Kerl gleich zu Beginn die ganze Abwehr aus. Heide Röslein, Implantate in der Botox-Arena. Unglaublich, da hat er einfach den Ball gespielt. Um Gottes Willen, der alte Mann und das Tor, Rollator in München. Gibt's doch gar nicht. Latte, Latte Macchiato. Oh, da hat sich einer wund gelegen. Der Pflegedienst ist jedenfalls auf dem Platz. Halten Sie mich für verrückt. Hier kommen auch noch Anekdoten von damals. Vollpfosten, die etwas andere Fußballkonferenz. Überall, wo es Bücher gibt. Aus, aus, aus! Der Film ist aus! Olli, du bist ein Teufelskerl! Olli, du bist der Vollpfosten!